Herzlich willkommen zu Fortnite Reload. Diesmal im Duo. Ganz neu reingekommen. Macht euch bereit, als Duo in Reload zu landen. In Reload-Duo könnt ihr durch die kürzere Neustart-Timer sogar noch schneller zurück in die Action. Oh, cool. Zusammen mit Blubberchen. Hallo. So sieht's aus. Wir machen die fertig. Wir sind ja hier auch das Fisch-Duo. Das ist hier so voll krass auch. Dann probieren wir's mal. Wir starten jetzt zum ersten Mal-Duo, weil das ist ja auch erst heute reingekommen zum Tag der Aufnahme hier. Äh. Ja. Guck mal mal, gell? Das ist doch. Das wird schon. Bin ich mal gespannt, wie chaotisch. Eigentlich weniger. Sollte. Es fasseln ja nicht so viele auf dich drauf, plötzlich, eigentlich. Aber vielleicht ist die Konstellation anders. Vielleicht jagen sich trotzdem alle schneller und dann sind trotzdem alle um uns herum. Mal gucken, wie die so spielen hier in Duo. Hey, das ist ja Krabbi. Das ist ja das Krabbenhorn. Ja. Das hab ich dem gar nicht gegeben. Das ist ja furchtbar. Oh. Voller Zoo. Das ist ja lustig. Also, ich hab bereit gemacht, gell? Kein Plan. Ja, ja. Ich hab auch bereit gemacht. Das ist so bescheuerlich. Ja, man sieht's halt nicht mehr. Es ist so dumm. Es ist auch dumm einfach. Oh, hier auf Englisch. Okay. Lustig. Da sind... Oh. Wow, wie schnell. What the fuck. Da bin ich schon gejoint einfach. Hallo. Hallo. Oh ja, wir gehen sogar mit Siegeskrone rein. Oh, das ist spannend. Ich hoffe mir durch Du, dass es ein bisschen entschleunigender ist, ey. Ja. Ja. Da war gar nichts. Oh, eine Zitronen-Erbse ist hinter uns. Mhm. Ja, und dann, wie immer, gleich runter und so, gell und so. So was halt, ne? Okay. Hauptsache halt, wir landen in Tilted. Auf jeden Fall ganz wichtig. Oh, wirklich nicht. Hä? Wie jetzt? Aber Tilted? Da ist ja das Lama-Bama. Das stimmt. Das ist da auch. Das ist ja voll cool. So, geht schon los, ne? Bei dir sind welche, oder? Ja, ja. Wird halt schon wieder gekämpft, IC. Ich komme! Geschwind! Mann, bleib halt stehen, du Joghurtfresse. Gewonnen! Voll gut, danke schön. Ja. Slama ist so cool. Äh, wie, wie komme ich hier wieder runter? Achso, oder? Springen und sterben. Keine Ahnung. Springen und sterben. Springen und sterben. Hier, 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 Stachel. Hey, wie geil ist das denn bitte hier drin? Das ist ja mega lustig. Bist du da über den Pommel? Achso. Ja, klar. Ich bin der Pommelkletterer. Du sollst doch da nicht in fremde Pommels gehen. Hä? Hä, wieso? Verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, das ist halt auch nicht gesund. Aber, hä? Die Sache ist halt voll für den Arsch. Steps? Ja, Steps? Ja. Warte ich ganz kurz. Äh, okay. Wahrscheinlich da drüben. Nein? Okay. Schau, das ist doch jetzt schon ein bisschen angenehmer, oder was? Nein, ich verscheiß noch nicht. Man sieht auch viel weniger Risse im Himmel. Die überleben einfach auch länger. Jetzt kommen welche mal. Das stimmt. Das ist schon mal viel angenehmer, ja. Immer noch Steps? Ja, ja, da kommt er mir schon hinterhergerannt. Was denn jetzt mit mir passiert? Ah, hinter dir. Ah, hä? Da ist er weg. Ach nee, warte mal. Mensch. Ich habe mir doch erst den Saft gekauft. Ja. Saftige Gelegenheit. Ah, fuck. Ich glaube, da ist es ein Bild. Ich soll mal aufhören mit dem Schmarrn. Ja, hey, Volker, das soll der aufhören mit dem Schmarrn. Ja, keine Chance. Wow, 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 wow. Ja, da ist schon sehr gut, muss man sagen. Wir sind zu zweit. Das ist das Problem. Scheiße. Ja, also, es ist entschleunigender, aber die Spieler sind immer noch so aggressiv. Ja, weil das alles die Oldschool-Player sind, natürlich. Ja. Die seit Chapter One wahrscheinlich alle schon dabei sind. Und ja, das sind alles dann so... Das sind Hustler oder Pros, halt. Ist so. Das wird die größte Spielerschaft ja ausmachen. Das ist so. Ja, ja, den Move will ich immer nachmachen in der Luft schießen. Bei mir macht er das aber nicht. Ich drücke immer die Schusstaste. Er schießt bei mir nicht in der Luft. Ich muss immer landen. Warum auch immer. Das ist voll der Kack. Ja, vielleicht liegt es ja auch in deinem Control. Wow. Hä, was soll der Scheiß? Was sollte denn das jetzt heißen? Was soll denn das? Ja, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, deswegen sage ich das jetzt gar nicht. Weil das halt voll der Müll ist. Ach, die Controller. Und sowieso total übersprendet ist. Die, äh, die Scaf-Scheiße. Sag das doch nicht. Doch, weil ich es absolut schlecht rede. Oh nein, ich bin aus Versehen schon rausgesprungen. Äh? Aber das ist doch gut. Hä? Was redest du? Okay, dann ist ja alles gut. Oh, ne. Wir landen doch immer am Anfang unten. Was wir aus Versehen passen. Oh, fuck. Ja, ich bin auch in der Falle getappt. Ich hab ja nur Feinde. Ja, ja, same. Wie wär's denn mal, ins Aquarium zu gehen? Ist kein Aquarium. Ich halte die Ausdauer wieder fehlt, gell? Lieb ich. Das ist so ein Schmur mit der Ausdauer. Ohne Witz. Hilf mir. Echt? Das ist ein Spagat, Hustler. Ja, du. Ich brauch ja selber erst mal Waffen hier. Kein Problem. Warte, aber irgendjemand war noch hinter mir. Der ist auch mega vorher gelaufen. Ja, ich seh's. Oh. Da war noch irgendjemand. Wer? Wer denn? Gegnerisches Team eliminiert. Yeah. Echt? Da fehlt so eine Sprecherstimme, der das... Oh, das wär geil. Wie bei Duke Nukem. Immer, wenn irgendwas passiert, so. Das wär geil. Ja, klar. Ist ja geil. Das fühlt sich schon gut an, wenn der Sprecher dir das dann auch noch kommentiert, so. Keine Ahnung. Team eliminiert, oder? Das ist doch geil. Ah, Erbse! Erbse! Ah, ah, Erbse! Ah! Jetzt, Mann, der soll mal in Ruhe geben. Erbse. Oder was du auch immer bist. Oh, fuck. Jetzt geht's mir wieder schlecht. Was soll das denn? Die Waffen sind ja auch ganz anders. Wirklich so. Oh, Gott, echt. Leute, ey, chillt mal eure Basics alle zusammen. Oh, jetzt, Leute, ey, jetzt. Wir sind doch hier erstmal angekommen. Meine Güte. Erbse, Hilfe. Du musst mir helfen, Erbse. Hey, was war das denn? Was war was? Haust die Tür mir voll in die Schnauze, sodass ihr im Pool landst. Ja? Ja, du brauchst hier noch ein paar, hier, so ein bisschen Blubberbart wird das. Ah, okay. Verstehe, du kriegst ja auch gleich ein Blubberbart. Hey, das ist hier so nicht. Hau, die haben hier einfach die Tür vor der Fresse zu und Bäm war die da gelegen. Der Wahnsinn. Ich musste da dringend rein. Ganz unbedingt. Das war hier. Das habe ich gemerkt. Das habe ich gemerkt. Da ging es echt um alles. Ich habe schon wieder einen Saugi, oder bist du das? Das bin ich. Ich habe einen Saugi. Na gut, du hast einen Saugi. Ah! Jetzt hör mal auf, zu existieren hier. Was soll denn das? Oh, eine Sägne. Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr, auch da. Ich habe hier scharf, Shisha. Ja, das ist eigentlich ganz gut, ne? Ja. Ja. Hier sind Saugis auch, aber das ist egal. Ist es nicht die Kreuzung, wo eigentlich der Dinosaurier stehen sollte? Das sind seine Füße, glaube ich. Ja, hier wird der eigentlich gebaut. Oh, lol. Erbse. Erbse. Jo, lad halt noch länger nach auch. Das ist schon wieder Stefan Asanovic. Oh, ne. Das gilt es nicht. Das war jetzt wieder Fortnite-Schmur, echt. Ja, ja. Okay. Sein Mate, ne? Ja, bei mir sind das alles los. Ich dachte, das ist die Erbse. Oh Gott, da ist noch wer. Oh, ich muss mich dran gewinnen. Klar, du swanst ja einfach so. Man braucht ja da eine Karte gerade nicht. Aber gut. Voll gut. Ah ja, du bist ja da. Aber das Team ist immer noch nicht am Arsch. Also das heißt, Erbse lebt immer noch. Nein, Hooligan. Scheiße. Die Kugeln fahren hier, glaube ich, nicht ab. Ich kann einfach ein bisschen auf den Kopf, einfach gezielter, glaube ich. Ich glaube, ich kann einfach rein. Wenn es halt trotzdem treffen würde. Was soll die Scheiße? Jawoll. Bam, Alter. Headshot. Da ist er weg. Ich habe die Orientierung verloren. Wo sind meine Socken? Schade. Was? Wo sind deine Socken? Was? Wo sind meine Socken? Ich habe die Orientierung verloren. Wo sind meine Socken? Ja. Das ist so lustig. Das klang so lustig. Ich glaube, es ist ja klar. Okay. Es ist egal. Hauptsache Sachen oder wie oder wer. Das sehe ich auch so. Schau. Also insgesamt schon viel angenehmer. Man stößt nicht so oft auf alle. Und ja, eigentlich schon angenehmer. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall bemerkbar. Ja, es ist angenehmer. Es ist immer so. Hier. Ja. Komplett Kriegswelt. Ist so, deswegen. Nein, ich bin ein. Oh, nee, Jan. Ich glaube, das heißt Bruder auf Japanisch. Aber ist wurscht. Hinter dir, glaube ich. Nein, warum bist du. Ja, ich habe ihn abgedenkt. Jetzt will er mich. Warte, ich muss den. Mhm. Das ist eine Aufgabe. Naja, kein Stress. Okay. Wir kommen jetzt wieder raus, verdammte Scheiße. Oh yeah. Gegnerisches Team eliminiert. Jetzt geht's hier los, oder was? Oh. Ich kann auch viel angenehmer kämpfen hier. Weil einfach nicht alle überall sind. Das ist so, ja. Aber klar, ich ziehe auch an. Weil. Das sind andere Spieler einfach. Das merkst du halt schon, ja. Trotz alledem, ne? Das sind andere Spieler. Das ist einfach so, ja. Wie, wie, wie gesagt, ist es safe. Äh, weil nur, äh. Bei denen ist die auch so unendlich beliebt, die Chapter One Map. Bei den OG Leuten ist ja klar. Und die sind nun mal auch anders drauf vom Kämpfen. Das sind ja auch immer die, die schon seit Jahren schreien, sie wollen die OG zurück. Und für die wurde der Modus ja dann quasi gemacht, auch irgendwie, ne? Hätte ich auch nicht gedacht. Das kam ja völlig aus dem Nichts, ne? Fortnite-Uhr plötzlich. Da! Ihr bekommt die OG. Voll krass. Das kam so aus dem Nichts, die Ankündigen. Oh, Raketenwerfer, ne? Ne, danke. Wie, ne, danke? Ne, ne. Was? Ich kann nur jetzt, hm. Ne, 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 ne. Er ist schon besonders, äh, stark in der, in dieser Map. Sollten wir, äh, ich hab mal mit ihm geschossen. Ich bin damit gar nicht zurechtgekommen, ne? Ich hab deswegen will ich ihn ja auch nicht nehmen. Äh, ich will hier, äh, 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 scheiße! Sind das die schweren, oder? Nein, das ist Raketenwerfer. Ach, Raketen, da. Ja, ich hab, ja, ein bisschen was. Ein bisschen? Bring's dir rüber. Mhm. Headshot. Ach so, soll ich da reinkommen? Äh, ja, so offen rumstehen ist jetzt vielleicht auch noch so schlau. Ein bisschen, sagst du. Neun Schuss einfach. Das ist doch super. Danke. Ach so, ich hab, äh, das ist also klein für mich. Ich dachte, es ist eine 3. Äh. Nein, nein, das ist hier schon einiges. Danke, das ist doch was, hey. Hey, da können wir was mit anfangen, hey. Das Team war nicht tot, ne? Also, ich hab die leider nur so getötet. Es war nicht tot, ich hab die nur so getötet. Ah, ja. Okay. Ja, sonst wird der Dransch den Team weg. Leider ist das so nicht. Aber es sind jetzt schon nur noch 10, schau. Also 11. Er ist viel angenehmer. Oh mein Gott. Ich glaub, so macht er mir dann auch mehr Spaß. Ich mach den ja davor schon, so ist es nicht. Aber der war schon, ja, zapfig. Jetzt ist besser. Kommst du oder bist du noch da oder? Äh, ja. Okay, meine Güte, mach mir doch hier keine Angst wieder. Warum seh ich ihn nicht? Warte. Da, hinter dir. Der will dich klanken. Wer? Ups, das will ich nicht. Warte. Schade. Wer kann noch einmal reviven, der Sackle. Was? Hier. Jetzt seid ihr beide scheiße, oder was? Hä, wie er scheißt? Da drinnen wird es voll ab. Das ist so. Echt, du willst es wissen? Da, fertig. Wer denn noch? Einen alten Scheiß, ey. Fertig. Oh, Glück gehabt. Ah, jetzt bin ich einfach kacke. Er ist ja immer noch da drüber. Jetzt nicht mehr. Nein, ne, krass ja, ey. Lade doch nach, du Affe. In fünf Sekunden kein Revive mehr möglich. Jetzt zählt's. Aber es ist nur noch einer. Wow. Und der ist stark. Ich habe ihn gefunden. Ja, du bist zu weit weg. Ich kann nicht so schnell zu gehen. Oh Mann, er ist da hinterm Baum. Er hat nicht mehr viel. Er hat nicht mehr viel. Er hat nicht mehr viel. Ja, ich habe, ich kann nicht so schnell laufen. Mein Rennen ist vorbei. Er hält sich hoch. Äh, schnell, schnell, schnell. Ja, ich, ich. Was soll ich tun? Die Hammer nehmen. Wieso ist er im Baum? Was? Hä? Wie macht er das? Das weiß ich nicht. So eine Scheiße. Das war so knapp. Ja, du warst mir jetzt zu schnell da drüben. So schnell konnte ich nicht rüber gehen. Ja, scheiße. Ja, ich würde ja auch ein bisschen von dem seine Schüsse dann noch gedrängt. Ein bisschen auch leider. Zwölf Kills, aber krass. Oh, schade. Ganz knapp hier. Zweiter Platz. Aber es ist viel angenehmer, oder was sagst du? Es ist viel angenehmer, aber die Leute, äh, ja. Die sind, äh, sind schon noch andere Baustelle, finde ich. Ja, aber heißt jetzt? Ab und zu kann man das schon spielen, aber, äh, jetzt auch nicht, dass ich sage, oh, das andere Battle Royale, das werde ich jetzt nicht mehr spielen. Ich spiele nur noch das. Das wird es bei mir jetzt nicht sein, weil es einfach hier, ja, strammer. Ja, aber hundertmal angenehmer als im Team, wirklich. Also selbst für mich. Also das ist schon. Viel, viel angenehmer. Also das ist ja gar kein Vergleich mehr zu, ähm, den, äh, Quot. Ja. Das ist ja gar kein Vergleich. Eben, oder? Ist so. Hier, ist das schon. Ja, ja, absolut. Viel machbarer. Also das ist ja auch voll, äh, machbarer, ja. Ich meine, guck mal. Wir haben das jetzt jetzt die erste Runde gespielt und wir waren direkt zweiter Platz. Das war nur noch der übrig. Der eine halt. Der war zwar krass, ja, aber es wäre nur noch der gewesen, ne? Das ist ja gleich hundertmal angenehm. Im Team war das nicht so. Absolut, ja, absolut. Das war spannend und ich hab Leute weggesnackt. Das, das musst du sehen dann, das ist, das krank. Das ist das Problem, wenn ich hier, hier kann ich wieder snipen, weil das sind die Sniper, wo die Kugeln nicht abfallen. Ich kann die, die alle weghatchotten. Ja, wenn sie halt ne Infrarot dran hätten schon, könnt ihr auch wieder snipen, aber so. Ach so. Nee, ja, ich mach bin beim Bum. Oh, Mann. Krass. War aber super cool. Also, ja, also auch mir macht das jetzt viel mehr Spaß hier. Jetzt werde ich es vielleicht, ich würde es schon gerne ein bisschen öfter spielen wollen, weil das jetzt wirklich angenehmer ist. Ja. Ja, jetzt, ja, ich werde schon auch normales spielen. Das ist für mich jetzt auch kein direkter Ersatz, aber es ist wirklich cool. Jetzt macht es schon, jetzt ist es angenehm, finde ich. Ja. Das war das? War cool. Was findet ihr besser, Duos oder Team? Ich finde hier Duos cool. Auf jeden Fall, ja. Generell, der Modus ist ne coole Idee. Voll. Ja, aber ich muss auch ehrlich zugeben, ähm, es gab ja mal die, äh, OG-Map auch mit Einkaufswegen und so. Ja, die direkte OG-Map. Die ist immer noch die geilste. Ja, ja, die war am lustigsten. Soll ja nochmal eine kommen, wie gesagt, OG-2 mit Chapter 2 dann eigentlich. Mal gucken, wann, was weiß ich auch soll eigentlich und das ist bestimmt auch nice so. Denkt mir sowieso, ähm, die nächste Season soll noch ne Marvel-Season werden. Aber ne OG soll ja auch noch dieses Jahr kommen. Vielleicht ist es ja einfach ein und dasselbe. Vielleicht ist die nächste Season wirklich ne OG-Season. Aber es passt ja zusammen. Chapter 2 war ja Marvel-Zeit. Es ist einfach das Gleiche. Ja. Mal viel Zeit haben die ja nicht mehr. Chapter 6 ist ja schon wieder bald. Wir haben vielleicht noch zwei Seasons oder drei. Dann kommt ja schon wieder Chapter 6. Dann ist ja schon wieder rum. Voll verrückt. Deswegen, äh, vielleicht, da die nächste Season im September Marvel sein soll, vielleicht wird es einfach instant ne OG-Season. Das wär mega geil, oh. Hätte ich Bock drauf. Das sehen wir dann. Bis zum ersten Mal sagen wir Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.